Nice, das geht ja echt mega schnell. Dani, wir haben einfach greifen gleich, ey. Gleich jetzt? Wenn ich mich noch an die Pteranodons erinnere, äh, nicht an die Pteranodons, an die, diese Schweinchen, ey, was wir da für einen Aufwand betrieben haben, um zwei von diesen, nein, drei von diesen Scheiß-Wichern zu zähmen. Oh, Schnellsturm. Scheiße, mein Prime ist spoilt gleich. Oh, hi. Ich brauche so einen rosa Pflanzenfresser, die geben mega viel Prime-Meat. Da ist einer. Es wäre cool, wenn das Schreien und Heulen, äh, kleinere Tiere in die Flucht schlägt. Stimmt, ja. Weißt du, wenn da so ein paar... Äh, es sind übrigens noch ein Akentavis in unserer Base gerade. Level? Der greift wieder aus an. Das heißt, es ist eh vorbei jetzt. Wenn sich die Tiere wehren, schau mal lieber. Oh, das ist halt echt hässlich mit denen, ja, ja, die greifen an. Zwölf war der. Das ist tot. Schade. Zwölf wäre auch noch okay. Das ist halt kacke, falls die Pteranodons halt in Vorderbase landen. Das ist halt scheiße. Fuck. Nicht wieder zurück, nicht wieder zurückgehen, nicht wieder zurückgehen. Beispielsweise Clara ist jetzt Vorderbase. Hm. Ja, bei den Flugdieners ist es blöd, das stimmt. So, ein bisschen Prime-Meat. Brauchen wir? Nee, oder? Okay. Welches Geschlecht ist deiner? Female. Rossenmale. Oh ja, hab ich sogar. Nice, Alter. Dann gibt's Eier, wenn wir die nebeneinander stellen. Ähm. Also, wenn man die nebeneinander stellt, dann legen die Eier einfach so. Und wenn man die nebeneinander stellt und wandern lässt, dann ist die Chance auf befruchtete Eier da. Okay, nice. Da ist noch ein Greif. Welches Level hast du? 56, ja, das ist ein bisschen hoch. Voll. Der Teele ist gar von oben runtergefallen. 10 Grad und Schneesturm. Das Spiel ist... recht realistisch. Tame mal schneller. Ist deiner schon fertig, dein Greif? Ja. Oh, okay. Lass du mal einen Greifensattel. For me, den du mir bringen kannst. Ja, dann... Ja, ich brauche ja das Fiber noch. Achso. Natürlich. Kannst du die überall craften, die Sattel? Ja. Ja, dann komm her. Dann geb ich dir das. Fiber, 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 Fiber... So, 126 Fiber. ich habe übrigens gerade mit t gepfiffen ist das ist ungewöhnlich also ich habe selber kann es herkommen jetzt muss ich alle tiere neu sitzen da bist du kein bock ist doch egal stellen wir die wichtigsten hin und den rest können wir ja mal einsperren oder so du willst der schnee stamm ist ich mache gleich noch die anarbeit bitte der not und sagt aber das kotzt mich auch an dass man zweiter von dir halten kann gesundheit hat er viel leben ey was ist mit euch ihr seid doch drecksviecher das gibt's doch ne wehe ich habe doch den fetter anodon gerade da gelandet was willst du von mir eigentlich ich mag das neues profil bild übrigens das ist von watchmen von dem comedian du hast auch mal 12 übrigens welche ich natürlich nicht besitzt ist ihm ein level 12 ja oder ein wenn wir schon dabei sind aber der ist ein stück weg dauert geht ja schnell du hast das zeug bei dir glaube klar oder das ist halt alles im furcht grad willst du mich dann ab dann kann ich noch mal nachdem also wenn ich ihn selber ich kann ihn ja herlocken das könnte gehen aber dann wenn der da finden umfällt dann hatte ich lieber okay da ist er mhm 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 oh hab schon hunger du blödes vieh food mhm mhm dann wieder wenigstens fressen hauptsache alle alle peter anodon sind in lauf mit einem mann alter so werde ich es ja auch gerne mhm ein harem läuft würde ich sagen juhu hab ihn gezähmt und ich nenne dich was habe ich gesagt schwarzklaue ach den zweiten ne schwarzklaue klaue nicht schwarz schwarz ja als klaue also community wie immer wenn euch ein besserer name einfällt ne immer her damit ja mir ist grad nicht was bist du level 12 bist du das ja die laufen ja wie hühnchen lol das ist aber neu fuck nein der ist tot fuck hast du das mal auf geschwindigkeit gezähmt nein auf gewicht das ist schnell geworden wenn es findet heute war einfach nichts drin ist höchst halb geladen ach server antwortet schon wieder nicht das ist echt nervig muss man sagen oh server vor allen dingen antwortete dann kurz und dann wieder nicht mehr so jetzt bringst du mir einen sattel nach unten vor die base oder beziehungsweise kommst du nach unten vor die base dann gebe ich dir das fiber und so ein wort ist lahm und 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 komm her stand der fahrer vor mir oder was hat ein direktor bitte alles dabei dass du überladen ist das fleisch ja fünf milliarden tonnen fleisch ähm wohnen mich drauf ja was wohnen mich drauf was wohnen mich drauf ja wohnen mich drauf ja was wohnen mich drauf d sind wir denn noch irgendwo greifen 21 schwarzes hirschweibchen oder was nic der ist hübsch der ist wirklich hübsch ja aber die hirschweibchen sind doch mega hässlich oder ja gut aber wir brauchen ja Aber der ist pechschwarz, ist der. Dann nimm ihn halt mit. Level 8. Ja, ist perfekt. Mit was zent man die? Mit Bären? Wirklich. Oh, der Server antwortet schon wieder nicht. Soll ich dir Bären holen? Bring. Ja, wäre cool. Also was soll ich dir jetzt machen? Den Sattel? Ja, komm einfach mal her und Bären. Bring Bären mit. Eingetarvist Sattel. Fiber. Fiber hast du jetzt, oder? Ja. Gut, dann hole ich die mit Bären. Aber ich habe nur einen Narko-Bär. Oder hat der Dingsbacher hier? Mammut. So. Mammut hat noch ein paar... Einmal einen Pfeil in den Reihenlagen, ohne den Brontosaurier, der sich da festgepackt hat, zu treffen. Das juckt ihn nicht mal, dass ich ihm Pfeil in die Flanke gedonnert habe. Jetzt pennt er. Okay, Dani, er pennt. Tiere, kommt her! Ja, ich habe aber nicht viel, nicht viel, ne? So. Nein, sorry, jetzt antworte doch mal, was ist denn gerade los mit dem? Du bist mit dem Wolf unterwegs, hoffe ich, oder? Ja. Wo bist du? Äh, unten vor der Tür. Warum kann ich denn nicht mehr pfeifen? Wo vor der Tür? Ich bin gerade bei den Tieren. Na, da. Der Wolf muss kommen, vor allen Dingen. Was fressen die denn? Oh nein, jetzt geht wieder das langsame... Okay, die geht schnell. Ich hör's. Nein, nicht, der muss kommen, der muss kommen. Ich hab was rein. Ihr sieht halt echt hübsch aus, da kann man echt nix sagen. Cool. Schönen wir. Haben wir da auch ein Mädchen und Weichchen? Also, du hast jetzt meine, meine Narkotiks aufbekommen, ne? Äh, ja... Äh, wo sind die? Drinnen im Hirschwabchen. Achso, achso, achso. Ja. Ähm, warte, wo bist du? Ich bin zurück zur Base geflogen jetzt. Ich wollte dir doch noch das Fiber geben. Ah, stimmt. Hi. Gruß Gott. Na, da ist's gemacht. Einen Sattel hätte ich gerne wieder... Was zählt man denn? Die Schrauben da ein bisschen vor... Was? Was man bei dem am besten zählt, Leben, oder? Eine Ahnung, musst du den Frank fragen. Äh, ich mach mal zwei Pteranodumsattel, das hab ich dir grad gesagt. Ja. Dann... Ja, können wir kurz Pause machen. Ah? Dann suche ich schnell das Weihnachtsmannkostüm. Ist schon zwei? Nein, noch nicht, gut. Dann suche ich mir mal was zu essen. Äh... Wenn die Klara da wäre, hättest du nichts mehr gegessen, oder was? Ich will sie gleich kommen, würde ich sagen. Hm, nein, ich hätte mir dann halt... ...hat dann halt auf sie gewartet mit dem Essen. Nein, was machst du? Sag mal, wieso followst du mir? Boah, der Hirsch dauer ist ja echt ewig zum Tame. Echt? Brauchst du mehr Bären? Ich kann mal was versuchen. Soll ich mir Mammut schnell Bären sammeln, oder so? Warte, ich versuch was. Okay, wenn das jetzt klappt, dann wird das wirklich witzig. Da aber leckt schon wieder. Ich hab schon wieder Hunger, das gibt's doch gar nicht. Hätte doch erst Hunger. Schade, du hättest mir den Sattel früher bringen können. Wieso? Weil man betäubte Tiere nicht schleppen kann. Hä? Ah, ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, aber ich hätt's ja auch schleppen können, ich hatte den Greifer schon. Achso. Ja gut, ist egal. Ich kann den Wolf schleppen ein bisschen. Und ich muss unbedingt auf Ausdauer zähmen. Weißt du, was bei dem Schneegut ist? Man sieht die Dino, ja. So. Soll ich Bären sammeln noch? Äh. Das reicht eigentlich. Glaub ich. Müsste reichen. Ja gut, dann sind wir uns, wenn der fertig gezähmt ist, wieder, oder? Einfach. Hör mal zu. Ja, ich würde jetzt kurz eine Aufnahmepause machen, während der hier zähmt und mir was zu essen holen nebenbei, weil der dauert ein bisschen kurz. Glaubst du? Ja, er ist jetzt ungefähr beim Viertel. Bis kurz vor der Hälfte. Ja gut, dann bis gleich. Bis gleich, tschüss. Komm.